Zweitmal zu den Loanern, ne? So, ich mach da mal neuer Kabin So, das denn nur wieder? Jetzt... müssen wir zur Ronda Kombinierende Mission So, jetzt ist die Aufnahme wieder gestartet Nächste Stunde los Hast du ja eine gebaut, ja? So Ne, quer, dann hast du mehr So, ich brauch erstmal nichts anderes Wir müssen jetzt wieder ganz zurück Das zeigt ja auf dem Minimap an, zu Ronda Na gut, also jetzt der gelbe Pfeiler, oder? Ja Ist ja momentan keine andere Nebenmission Ola, noch die Stange Die nehmen wir jetzt leider Oh, hier ist ne Gitarre Oh, hier ist ne Fette Oh, hier ist ne Fette Aber ich will, also Sturmbewehr Da wäre ich ihm lieber Nackern machen Hier gibt's zwar ein Sturmbewehr, aber ... 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 Gefahr bleibt weiter hoch. Deshalb werden wir in sechs Tagen, nachdem wir sicher sind, dass alle Überlebenden gerettet wurden. Keine andere Wahl haben, als eine große Brandbombe zu zünden. Sie wird alles organische Leben in der Stadt vernichten. Was zum Teufel? Ich bin doch organisches Leben. Alle Zivilisten sollten sich umgehend bei einer Quarantänestation zum Chippen und Evakuieren melden. Eine Liste dieser Stationen wird bald verfügbar sein. Scheiße! Quarantänestation bei der Production Bridge. Himmel! Hey, wie zum Teufel kommen wir dahin? Laufen geht nicht, fahren auch nicht. Wir könnten eins reparieren. Oder beide. Vielleicht könnten wir sie kombinieren und so etwas Stärkeres bauen. Ja, die Idee hatte ich auch. Dann mal los. Versuch's einfach, Kleiner. Ich glaube, in der Aufnahme sieht man diese Bildaussetzung nicht. Das liegt wahrscheinlich an den 1080p, äh, 24p, Strich 24p. Das kann ich leider nicht ausstellen. Aber das sehe wohl wahrscheinlich nur ich hier und keiner fährt vielleicht. Schrauben bohren. Von Werner, ne? Und gleich mal ein bisschen lauter stellen. Dann auf zur Quarantänestation. Genau. Das hätte können wir alle, ne? So, wo fährst du? Äh, zu dem gelben Punkt, oder? Das ist eine Höllenmaschine, Freundchen! Zur Quarantänestation, schnell! Boah, was ist der Spadier? Wo? Da vorne ein bisschen mit Lobby Christ. Oh. So, links. Nee, rechts. Entschuldigung. Hier irgendwo links hoch? Oh, die brauchen wir nicht gleich. Hält uns nur auf. Ich finde, wie du ihn wieder nimmst, ja? Ach, ich kann auf dem Geschützturm, geil. Schrauben drehen oder ein Drehen. Oh, hier ist ein Ding. Jawohl, die haben wir gerettet. Jawohl, die haben wir gerettet. Du hast dir echt Zeit gelassen. Oh mein Gott. Danke. Ich lade mich allein an. Ich glaube, wir schreiben die Brücke rüber. Rettet er? Ne, ist ja auch so, oder? Ich weiß nicht. Einfach rüber so, ja? Ich fahr halt auch nicht mehr viel aus. Also, du auf den Cloudflip kommst. Ewig hält er auch nicht. Ja, hier noch durch. Genau. Das Gemüse durch. Ja, hier müssen wir zu Fuß durch. Okay. Das Gemüse durch. Kommst du? Kommst du? Kommst du? Mit der Gitarre. Meine Rüstung glitscht. Glitscht auch. Oh, das ist ein großer, was? Ne. Das kenne ich ja alles noch. Wird vielleicht richtig lustig. Nein, so ein Mist. Das kann nicht sein. Und zu zweit sollten wir das besser schaffen. Als alleine. Das ist eine Machete. Oh, die nehme ich lieber hier. Ja, ich nehme meine Machete. Ahaha. Also, ich kitz ab. Was? Hallo? 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 Oh mein Gott? Ich denke, alles ist viel schlimmer als erwartet. Naja, das hab ich alleine auch geschafft, da schaffen wir nichts weiter. Das wird lustig! Du weißt wie ich sie mag, Mel! Ja, du weißt wie ich sie mag! Jung, dumm und voller! Weg mit den Drecksboten! Ich dachte, lass sie gehen! Party time! Party time! Na, den Jungen zwei mal helfen. Ja, das müssen wir jetzt aufpassen, das ist nicht so einfach. Die muss man abfackeln mit Monotop-Cocktails. Dann musst du echt sehen, dass wir das schaffen. Ja, auch noch mal. Hier sind Monotop-Cocktails. Nehmen wir die machen. Hier sind Monotop-Cocktails. Die müssen wir auf sie werfen. Hey du Arschloch! Hier haben wir schon zwei Degelhöhungen vom Frontiers. Hier musst du dir die holen. Da ist sie daneben geborgen. Dritten weg ist. Ja, du hast das Auto, ja? Hey! Aua! 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 Geh mir auch mal ins Auto rein hier. Geh rein, Mensch! playtsch... Aua! Na das ist nicht so einfach. Jawoll, den habe ich weggeknallt, Alter. Nimm dir ein Auto. Ich bin doch auf dem Weg. Ich kann ja nicht hexen. Ah. So, jetzt wird's erst. Ihr legt euch mit der Falschen an. Jetzt wird's erst. Mann, die hat mir die Eier ins Hirn gerammt. Mist, Dirk! Hey! Ich hab genug von eurem Spielchen. Ich reiß dir das Herz raus, Mann. Oh, das gibt einiger Kleiner. Ich hab nämlich der für Boss, Alter. Oh, oh. Oh, ja! Du bist tot! Hier kommt der Boss! Das geht, glaube ich, nur mit Monatoren. Du bist tot! Ja! Ja! Nein! Nein! Hier muss man da drauf abfackeln. Oh Gott! 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 Was haben wir denn hier? Frischfleisch! Oh Gott! Wie sieht's aus, Jungs? Eine nette Überraschung, was? Alter, ein Blutspiel. Kein Militär mehr. Keine Polizei. Keiner, der sich noch bei uns einmischt. Unsere eigene... ...undere eigene kleine Insel. Wir sollten uns beruhigen. Aheh! Ahm! 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 Party! Aheh! Aheh! Ja! den grills jetzt zu erledigen ich hab noch den monitor cocktail da muss man aufpassen komm hier, schweiz dich ab so, ein treffer hier hinten sind die monitor cocktails die musst du dir holen ich hab ihn gerammt, das hat auch explodiert ja, ok ich hab ihn abzuwerfen nein, daneben geworfen scheiße, nochmal oh, er hat schon ordentlich eingesteckt da hinten, wo er hinfährt, hier hinten links sind die monitor alles sieht gut aus so, hier kann ich ihn mehr holen das hat viel weggerissen beteilend beteilend in den snack hier in den snack jawohl so das hat morgens der schockt mir locker guck mal wieder mollis mollis, ja hinten bei dem hackfreund sind die mollis hier sind auch welche so, ich hab wieder mollis ah ah, scheiße ich dachte, ich bin aufgefahren so, mein lieber freund daneben scheiße komm her, Junge hier seid dran gut boah, ich kann ihn wieder ja, der ist gleich tot Alter ich hab ihn mit einem geteilt Arsch, du willst sein hoch oh er ist gleich down oh, ich glaub was ich bin weg hier jetzt geht noch der könnte es durch der kommt nicht vorwärts ja, war ich mit dem Auto hoch ja, das war geil war echt nicht geil Nicht da hinten Ja, ich hab ihn noch ich hab noch mollis Wow Das war nicht so toll Nein, nicht da hinten Jawohl, hinten in die Karre noch nahe gefangen Ich hab ihn down Das war halt noch leichter hinbekommen das alleine Du wirst sterben, weißt du das? Du wirst leiden und deinem Ja, kommst du hier nur in einem Sarg wieder raus! Jawoll. Geil. Das war's denn. Oh, Nick! Oh mein Gott! Unser Retter! Ach ja. Hey, was ist los, Herzchen? Ich... ich... ich hab noch niemanden umgebracht. Okay, ich habe Zombies erledigt, aber die sind ja schon tot, oder? Aber noch keinen Menschen. Vielleicht hätte ich das anders erledigen können. Es musste sein. Er hätte uns getötet oder schlimmer. Nick? Hör mir zu. Wir müssen aus der Stadt raus. Fliehen oder sterben. Wir müssen tun, was wir tun müssen. Ja. Fliehen oder sterben. Dann los! Nice. Ja, würde ich sagen, machen wir direkt hier eine Pause und dann sind wir zur nächsten Folge, ne? Ja, genau. Wäre ich gerade ideal. Bis dahin. Ciao, ciao! Ciao, ciao! Halt! Diego? Nick, bleib unten! Diego! Ponga su arma! Soy un Nick! Mach ihn kalt! Er macht mich nervös! Klappe! Diego? Ich bin's Nick! Nick? Nick! Amigo! Gott, es tut mir leid! Endlich habe ich dich gefunden. Ich habe Schreie gehört und kam her. Ich suche die Werkstatt, von der du erzählt hast. Nick! Mann! Es sieht echt mies aus! Wir sind am Arsch! Wo ist der Rest der Einheit? Die wurden von den Zombies zerlegt! Wir waren drüben beim neuen Museum. Große Ausstellung. Die Präsidentin war da. Wir haben total versagt! Plötzlich waren überall Zombies! Ich... Ich bin... Ich bin einfach weg, Mann! Jetzt bin ich desertiert oder so! Sie lassen keinen raus! Alles unter Quarantäne! Deshalb wollte ich die finden, Mann! Du bist gut im Reparieren! Kriegst du das Flugzeug hin? Was war das mit dem Flugzeug? Dieser Sammler... ...hat im Museum ein Militärflugzeug gestiftet. Meine Einheit sollte es bereit machen. Ich könnte es fliegen, aber es muss repariert werden und braucht Benzin. Ich hab'n Schlüssel! Hier! Oh! Ah! Gott! Nein! Oh Mist! Schön, dich gekannt zu haben! Mist! Nick! Baby? Du brauchst Zombregs! Sofort! Oder du verwandelst dich binnen Stunden! Dein Freund und ich gehen zum Flugzeug! Mann! Es ist die Lagerhalle bei den Docks! Die findest du! Aber... Zombregs! Wo kriege ich das her? Wahrscheinlich in Ingleton! Dort gibt's ein Krematorium! Leichenhallen! Haben immer Zombregs auf Lager! Wegen der Toten sind die Tore versperrt! Nimm die Kanalisation! Finde es! Geh zum Krematorium! Kongs! Mann!